Das Grab war leer und meine größte Angst war zur Gewissheit geworden. Das Böse war zurückgekehrt. Das Böse. Das Böse. Es verfolgte uns Tag und Nacht. Du glaubst wohl immer noch, du kommst in den Himmel, wenn du sterben willst. Aber auch du wirst zu uns kommen. Sogar in unseren Träumen. Nae! Es passiert nicht wirklich. Wir wachen gleich auf. Es ist mein Traum. Ja, es ist mein Traum. Nein, das ist es nicht. Eine böse Überraschung nach der anderen. Auch in diesem Kino. Eine böse Überraschung nach dem Kino.